moin moin zusammen und willkommen hier zurück zu einer neuen folge in der zombie apokalypse und annie ist auch wieder am start voll stylisch gekleidet ja selbstverständlich und hast du schon meine coole sonnenbrille gesehen oder was auch immer so eine abgefahrene cyber irgendwas brille ich bin mir nicht sicher was sein soll irgendwelche schrägen goggles und ihr hört schon die sonne geht gerade auf und wir haben uns heute vorgenommen in die stadt zu gehen ja und das machen wir auch gleich mal nachdem mario ja schon ein bisschen gespannt hat was in der stadtlos ist naja also viel habe ich jetzt nicht gesehen beim letzten mal war ich ja dort wirklich dort einfach nur gucken so tür zu ach so lagerfeuer ist aus moment ist denn der ofen aus der ofen ist aus ja die ford aber da kann ein bisschen was da kann ein bisschen was durchschmelzen ist nicht das problem so tür zu der letzte macht die tür zu und zwar einmal hier so in richtung keine ahnung einfach hier oben so ach so und moment ich muss dich ja wieder aktivieren jetzt geht es nämlich auch keine ahnung woran das liegt mal geht es mal geht es nicht ja mir scheint es ein bisschen buggy zu sein das ganze aber das macht nichts das macht wirklich nichts wir gehen heute ein bisschen plündern mal gucken was in der stadt zu los ist wahrscheinlich ganz viele leichen also von uns oder so also ich hoffe nicht so und würzen das müssen wir übrigens ein hirsch okay ach so moment warte mal warte mal warte mal ich muss mal ganz kurz gucken und zwar würde ich denn quality joe noch skillen ach kannst du jetzt schon oder was haben sie geändert alles klar da brauchen wir scavenging level 30 um überhaupt quality joe zu können für die zweite stufe ach so du hast die erste schon das war ja vorher so man musste irgendwie da unten ist wer wo denn da drüben man musste vorher zehn punkte scavenging haben und konnte dann quality joe lernen was denn was denn keine zeit mal kurz ich will den kaputt machen und den dicken hier wir sind noch nicht mehr angekommen du bist schon halb tot ach du scheiße ja okay okay lassen wir das ganze jetzt kannst du tot machen ja jetzt jetzt machst du kaputt oder was ich habe noch einen bonus gekriegt wenn du das nicht hinkriegst dann mache ich das ja los jetzt weiter also was ich gerade erzählen wollte ja und zwar war es war ja so scavenging braucht man auf level 10 und da konnte man quality joe kaufen für ich glaube 10 20 und 30 punkte oder wann das 1 10 und 20 ich weiß nicht genau irgendwas in dem dreh die profis von euch werden sicherlich wissen aber jetzt wurde es halt gerne dass man scavenging wirklich auf 30 braucht und das ist schon eine ganze menge das ist wirklich viel muss noch echt viel plündern aber es macht meiner meinung nach mehr sinn ich habe noch gar nichts mit quality joe gelernt ich habe jetzt alles in scavenging drin eine ein punkt der kostet noch einen punkt zehn punkte meine ich habe die schon voll verballert für scavenging das habe ich dir vorhin gesagt da hast du nichts zu sagen ich habe dir vorhin gesagt du brauchst zehn punkte ums quality joe kann ich ja beim nächsten mal machen ist ja nicht so dass ich nicht wieder leveln werde du levelst nie wieder ich level voll so wir plündern haben wir gesagt wir müssen gleich sterben so er wir plündern mal hier du kannst mal die couch aus oder bist du schon irgendwie reingekommen na ich bin einfach das fenster gehüpft kann man natürlich auch machen den weg des geringsten widerstands wir haben auf jeden fall schon mal drei coole rezepte gefunden was denn für welche crossbow also crossbow haben wir jetzt lederhandschuhe lederschuhe und wrench ich rede die gleich mal ich lerne gleich mal nix drin nix drin nix drin schade so was die die couch nehme ich mit naja na klar nämlich die leder ach schön warum ist das eigentlich so dunkel hier sag mal mach doch mal deine facke an habe ich nicht mit doch habe ich mit tataka so hier brauchen wir den tisch mitgenommen die einkaufskörbchen müssen wir ja durchsuchen stimmt da kann mal was spannendes drin sein die bücherregale luke ich mal weil ich ja jetzt schon quality joe gelernt habe dass es einfach recht besseren gut gibt ja dosenfutter gefunden ich glaube es war hundefutter ich habe übrigens vor und abseits der aufnahme das hundefutter gegessen ja falls also jemand fragt wir wollten ja eine bett abschließen wer das losen von der essen muss also hundefutter und annie war es dann ja ich war es dann allerdings ohne mein zutun das muss man einfach dazu das stimmt ich wollte ja ich habe freiwillig gegessen denn ich wollte ja den bauch vollschlagen und das geht halt nun mal nicht wenn man eigentlich zu wenig essen hat also ist man auch mal hundefutter so bücherregale also du hast gesagt du nimmst sie auseinander oder nein ich gucke da rein okay kann ich denn woanders reingucken ja andere kisten sowas also gibt es ja auch noch andere sachen zum beispiel im bad kannst du gucken ist das dunkel jetzt irgendwie sehr dunkel hier drin ich weiß nicht warum immer die fackel in die hand nehmen und hier sind der strom hörst du das auch ja da hinten an der theke mal lauter hier huiuiui nichts drin ist ja wirklich super dunkel nichts drin überall was ist denn hier los ich wollte gerade vorsehen nicht scrappen auch nicht mann hier ist nischt ich nehme die bilder mal mit die können wir ja auch gebrauchen okay also die bücherregale machst du ja ich glaube die bücherregale habe ich jetzt schon alle okay hier sind jetzt noch leere schränke und blind das kann ich dann nie wieder geben wenn es dann mal wieder so weit sein sollte ja vorhin irgendwie kurz nach der aufnahme hat man noch besuch vor der haustür da hatte ich dann fast schon die gelegenheit ein medikit zu sammeln aber ich wurde dann vertrieben weil da so viele gegner kamen habe ich einfach ins haus geflüchtet und haben die nacht dort verbracht ja so ich würde hier gerne mehr sehen nimm doch die fackel in die hand ja aber dann kann ich nichts abbauen das ist das problem kann immer ich kann immer heimleuchten ja mach mal licht an sehr schön also naja so schön noch nicht ich sehe kaum was ist das so dunkel hier nochmal also hallo naja da steht noch ein restcouch nehmen wir jetzt noch mit ok habe ich jetzt auch noch eine ganze couch ist denn das so dunkel hier aber wer hat denn hier das liegt das ist aber nicht normal du das was so dunkel ist ich denke mal das wurde geändert ist halt immer richtig dunkel ja macht ja auch sinn ja natürlich aber so dunkel hätte es nicht sein müssen ach ne oh verdammt ich hätte eigentlich mitnehmen wollen so richtig egal dann schauen wir mal was hinter der tür los ist die mario gerade mal so entspannt auseinander nimmt bämm kisten na uh und nem hammer das ist aber ein rezept ne stimmt das andere stimme schematik uh soll ich mal kurz gucken was das ist ähm claw hammer geil nema da ist nichts mehr drin also gerne lernen wenn du möchtest bevor es weg ist ich habe ja schon aufgedrückt glaube ich ich habe es ja schon ausgewählt alter was denn den safe haben sie jetzt auch noch ein bisschen stärker gemacht ja hallo man möchte ja nichts geschenkt bekommen ja aber der hatte vorher in der alten version hatte 1000 lebensbogen jetzt hat er 2500 hallo ich lasse dich mal den safe weiterhauen ich kümmere mich mal um die tür hier hinten vielleicht geht es da ja auch noch nicht raus wenn du das sagst dann geht es da raus kannst du mir vielleicht mal helfen ach nee du hast keine was keine pickaxe mit ne ne habe ich nicht habe ich ja nicht naja tausend habe ich schon weggehauen kurz gucken vielleicht kann ich ja selber eine bauen ein iron pickaxe also holz habe ich mir fehlt noch ein bisschen eisen ein eisen fehlt mir kann ich geben ja dann drop mal nach so dankeschön das aussieht im müllbeutel aber ich bin gleich durch das schön macht aber auch nix ich muss mal gucken welches levy die an hat das dauert ganz schön lange bis sie fertig ist der tools missing muss ich irgendwie noch ein bisschen hoch skillen das lohnt sich auf jeden fall dass die items einfach ein bisschen besser sind und man sieht schon unten die keule und der bohren die haben schon ein ganz gutes level erhalten ich weiß nicht warum ja das ist echt schräg mario hat wirklich einen ordentlichen vorsprung im vergleich zu mir ist das echt krass also ich kräfte hier noch so sachen hunting rifle receiver der level 63 hat und 40 papieren also dafür bin ich mich ja durchgeprügelt richtiger schrott dann lass uns mal raus gehen ja durchs fenster aber da mal hier das bild wollte ich noch mitnehmen das können wir nämlich alles einschmelzen die autos lassen wir noch mal ganz die können wir plündern und ansonsten die ganzen schrott autos die hier rumstehen die können wir auseinander pflücken also die pickaxe ist bei mir level 27 rausgekommen toll wenn ich dich schon mal was bauen lasse ja ich habe keine ahnung warum das so ist aus hier die warte mal da vorne ist noch ein store da gehen wir mal rein ja ich wollte einfach mal ich höre doch kumpels mal wieder die schon tot das ging schnell aber da vorne kommt der nächste oder lassen wir den wir machen wir wollen wir müssen auf den freunden ja ich nehme hier den kleinen spacken zombie warst du schneller kommen die abkommt der ist noch am leben näher ist tot jetzt ist er kaputt er ist schon ganz tot kommen wir schon plünder stimmt ich nehme den dicken da kommen aber zwei grad da kommen und ein paar mehr kommt man kommt da ja voll ja voll ja voll drauf hier hinter dir ja ich habe schon gesehen ja kommen weiter einfach nochmal um sehr schön da gibt man der groben keller ok der hier ist schon leer ich habe schon wieder wen das war also das da vorne ist ein anderer aber jetzt das war ich gerade den kriecher machen wir noch kaputt der nervt sonst mal loslegen am besten hinkommen stimmt und dann warten bis sein kopf reinwobelt maximal spannend jemand zurück der bricht gleich die beine ne einfach wenn der kopf dann machte ich mach doch hier schon voll druck das war jetzt purer zufall nachdem ich 20 mal quasi drauf geschossen habe das war ja nicht getroffen das stimmt so nicht der hat ja irgendeine bewegung gemacht ich habe voll getroffen wollte ich noch mal sagen ja aber ein kopftreffer ne dann gehen die schnell kaputt ich kann schon nichts mehr tragen was ist das denn für elend hier nochmal ja hättest du mal rechtzeitig ausgeladen ich habe kleber und ich habe das ausgeladen ich habe ja nur dein splint noch dabei jetzt rede ich nicht raus dass es hier an mir liegt doch nein 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 diesen schuh dass ich mir heute nicht anziehen den splint lass ich mir auch nicht anziehen schön ums bein wickeln so im container ist nix drin hier ist auch nix ein vogelnest jawohl ich kann auch nicht mehr so viel tragen ich gehe mal kurz aufs dach hier oben ist doch oh aua scheiße ich bin schön vom dach gefallen ja ich habe es gerade so an der seite gesehen annie ist vom dach gestrungen nein mann was ist denn das hier für ne scheiße was machst du denn da mal ich komme hier nicht hoch oh scheiße also jetzt gehe ich gleich drauf wieso ging das nicht ich konnte nicht aufs dach die leiter ist aber gar nicht kaputt ich weiß es nicht keine ahnung da war doch mal irgendwie sowas blödes wenn man da irgendwo hochklettert muss man dann noch mal auf die lehrtaste drücken eigentlich nicht ich fahre hier nur runter dann kommt einfach woanders lang also auf jeden fall komme ich da nicht hoch kannst du was mal bitte probieren shotgun das hier dann gehen wir jetzt rein na gut das dach ist so unwichtig ja aber sagst du so einfach ach das bist du okay das dauert hier mit der tür ich habe aber keine andere ach so die pickaxe guten morgen und wofür dann die feuerachs sag mal für holz ah guten morgen ne nicht guten morgen na guten morgen woher soll ich denn sowas wissen das weiß man hallo das weiß ich doch nicht mach sowas nicht so regelmäßig du hast ja ein stream schon gespielt ach als ob ich mir da alles gemerkt hätte ja offensichtlich gar nichts ja das ist richtig immer wieder eine neue erfahrung hier ist wieder so ein einkaufskörbchen und oh misosuppe das ist schon wieder so dunkel dunkel erstmal kurz so ein bisschen was trinken ah kerzenhalter nägelholz also das ist ja irgendwie echter trash hier ich habe gerade wieder einen Tab gefunden für eisenschuhe oder irgendwas ja also man muss echt ein stück weit weg damit man hier den raum gut ausleuchtet ist noch eine kiste aber die hilft nicht warte mal die kisten ganz auseinander machen achso einfach nur auseinander bauen na die muss aufschlagen und dann kann was drin sein na na mal gucken im dunkeln sieht man ja so gut ich leuchte dir ja sehr freundlich uh da kommt ein lichtschein nein 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 naja ich habe das schon aufgehört da war aber nichts mehr drin so wo ist der denn ich habe doch hier irgendwen da na warte mal da braucht kein mensch so ein Müll eh achso du hast jetzt schon soll ich das irgendwie mitnehmen oder machst du das jetzt wenn du es tragen kannst kannst du mitnehmen ja ich kann es noch tragen aber gleich kann ich aber nicht mehr viel tragen hier ist noch eine Tür oder wollen wir da nicht durch ja doch gehen wir gleich rein das Lagerhaus hinten ok dann jetzt wieder Pickaxe bam bam oh haben wir noch nicht nein keine Pickaxe jetzt Holz alles klar ja man kann auch die Fackel nehmen das geht alles immer noch nicht Pickaxe oh sei laut hier alter geht doch hier haben wir nochmal ein paar Kisten sehr schön hier ist sie dann safe hier ist es ein bisschen heller machst du den safe du kannst ja mal anfangen oh hier sind zwei Sonnenbrillen drin cool jawoll können wir uns einverleiben ich weiß bloß nicht was hier für weghauen soll ich weiß bloß nicht was hier für weghauen soll und jetzt also eine Brille nehmen wir mit nichts drin in dieser Kackkiste cool Nobel geht die Welt zugrunde ich hab echt Pech hier mit dem Loot ich hab bei den Kisten bisher auch nichts drin gefunden außer gerade eben ne oh jetzt jetzt das haben wir Hunting Rifle Parts das war ja schon eine offene Kiste Shotgun Long Barrel und ich kann nichts mehr tragen und 44er Magnum den Tisch kannst du ach den Tisch willst du mitnehmen ja Deko für zuhause ja natürlich macht das Sinn jetzt hier irgendwie Shotgun Long Barrel zu scrappen ja machen wir kaputt das ist vom Level her zu niedrig ok da finden wir hier einfach mal ein bisschen was auseinander ja Schepper Polter dann scrappen wir hier einfach mal wieder so ein bisschen aus Metall Zeugs ja 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 immer weg damit hier dieser Shopping Barst ich hoffe mal dass jetzt hier in dem Safe etwas besseres drin ist als irgendwie nur 40 Papier und irgendwie so ein ich weiß gar nicht Shotgun Receiver oder sowas oder Hunting Rifle Receiver hast du das noch nicht gelernt jetzt oh Daumen drücken vielleicht ruhig ja ja Daumen sind gedrückt boah du und deine Daumen her war schon mal die Daumen warum? 13 Papier super ja super Scheißsafe würde ich sagen totale Rotze hättest du mich mal reingucken lassen oh hier ist auch noch eine Sonnenbrille drin ja die habe ich ja gesagt das war eine Sonnenbrille ach das war die achso da klopfst du dich eine Stunde in den Safe rein dann findest du sowas drin wirklich das ist echt eine Katastrophe das ist wirklich bitter warum da nur so ein Scheiß drin ist so und jetzt hier Hunting Rifle Parts schon wieder der ganze Kram ja die sind ein bisschen höher vom Level ja die sind orange wir stehen mal aufheben ok gut mach ich solange bis wir hier gleich wahrscheinlich was anderes finden was wichtiger ist zum Beispiel eine Glasflasche oder sowas ok dann können wir raus glaube ich machen wir mal ist hier noch irgendwas ne ist schon deprimierend dass man hier in so einem Store nur so einen Sprott drin findet eigentlich nur Scheiße findet ja aber das waren wahrscheinlich andere vor uns schon hier würde ich einfach mal denken kurz einen Blick auf die Karte werfen so dann können wir gleich mal hier das nächste Haus da vorne ist der nächste Bob lassen wir den Bob Bob sein oh ein Repair Kit das nehme ich mal mit sehr schön was ist denn im Briefkasten? Papier naja wobei kann ich mitnehmen ich habe ja eh schon Papier ganz so und schmeißen wir es weg letzte Mahlung vom Finanzamt wahrscheinlich ich glaube auch bitte jetzt zahlen was? ich weiß von nix so Glaspain oh wir kriegen gleich Besuch auf jeden Fall Vorsicht um die Ecke um die Ecke hmm na sehr schön der liegt schon mal na ok ok der ist hin oh der steht wieder auf dann haben wir ja der Laster gemacht weil das kann dem fehlt schon ein bisschen was am Kopf da fehlt gleich noch ein bisschen mehr ist der tot? ich traue mich aber nicht ranzugehen über den zappeln immer noch so ein bisschen so der ist auch hin und der ist kommen sie hier noch haben wir schon alle beide neben gesammelt jawoll ne? ah sie ist schon hin ich habe sogar noch erschossen hat nix drin er hier ducktape ich höre doch schon wieder wehen ein ducktape ist gar nicht so unwichtig ja haben wir schon andere vorne ist der nächste vielleicht erstmal so ein bisschen durch die Stadt gucken was hier aber den machen wir noch kurz bevor der hier rum nervt ach komm ich hätte ihn jetzt so in Ruhe lassen können wo bist du denn nochmal? na hinter dir ach dann ist das ein bug oder was? ja der ist schon tot der ist schon tot ja das ist super ich seh den das meinte ich doch gerade das macht mich ein bisschen verrückt dass der noch an der Luft rumhängt ah ok ja gut ich folge dir was macht denn eigentlich oh ich habe gebrochene Knochen das finde ich ja nicht gut mal wieder wieso denn mal wieder ich habe ihn heute noch gar nicht gehabt ja heute Moment blind bauen wir uns mal ich habe keinen platz mehr dafür eigentlich dafür kann keiner dann musst du hau mal irgendwas weg das Papier gib mir mal das Papier warte Moment bitte schön ich kann gar nicht mehr so viel tragen ja siehst du das gleiche Problem gib mir mal bitte noch ja den türknauf oder was das ist ach nee die türknauf wo siehst du nicht? die dritte von links ah ja bitte schön ganz kurz wieder mitnehmen jo dann geht es weiter das ist echt ärgerlich wie wenig man hier tragen kann man müsste echt das Inventar ein bisschen man findet so viel da hinten ist auf jeden Fall auch noch ein Geschäft da gehen wir mal hin wir gucken mal wir gucken erstmal so ein bisschen ey wir haben noch gar nichts mehr zum tragen ist erstmal egal wir können erstmal gucken was hier in der Stadt überhaupt los ist na gut oh man ich bin gespannt aber es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus wir Mensch da gibt es bestimmt Waffen und hier kommt jemand hier creept er rum er creept da rum? er creept hier rum falsches Spiel ich glaube auch der ist ach da unten ist er alles klar ja aber ich habe ihn getroffen jawoll oh ey da hat er nur gewartet ist bei ihm hier drin? ja der hat einen Tanktop für dich drin einen Tanktop nehme ich doch ich kann ja eh nichts mehr tragen ach scheiße ach komm Papier wer braucht schon Papier wenn man einen Red Tanktop äh Tanktop haben kann mein Bogen geht gleich kaputt kannst du mir zufällig noch einen Bogen bauen? hm ich glaube nicht hm oh da kommt der nächste na jetzt wird es hier aber oh scheiße alter mein Bogen ist gerade kaputt gegangen lauf du wolltest ja keinen von mir haben ja ja ich dachte du baust mir jetzt unterwegs ein dann baue ich mir einfach einen eigenen da ist wohl noch ein viel stylischeres Sonnenbrüder drin ich kann ja keinen Bogen bauen warum nicht? was fehlt mir denn hier? ach doch einen Crossbow kann ich bauen ne kann ich nicht bauen hä? was fehlt denn? ich könnte einen bauen aber das Problem ist es hilft ja nicht weil du Crossbowbowl so viel brauchst ja das stimmt aber ich würde doch jetzt einfach nur einen ganz normalen Bogen haben wollen hast du Steine mit? ne ne? ich bin jetzt gerade doof irgendwie der normale Bogen ich brauche Moment ich brauche Plant Fiber ich hole mal kurz Plant Fiber ich kann keinen hä? der hieß doch auch nicht irgendwas mit Bow oder nicht? Wooden Bow ja Wooden Bow ja warum sehe ich den nicht? Wooden Club Wooden Bow so alles klar mir fehlt Fiber ja das kriege ich auch noch selber hin ich habe schon ich habe den Bogen gebaut kannst du noch ein Ei tragen hier? Ei geht habe ich nämlich schon welche ach Gott da ist es komm her den Bogen kann ich auch mitnehmen geht gerade nicht der Bogen jetzt äh geht nicht voll ja dann kannst du gar keine Eier weggeworfen doch das Ei konnte ich tragen aber alles super das ist ja ein geiler Bogen ich hoffe der hält ja der hält eine Weile macht doch eine Menge Schaden so was ist das hier drauf also Police Station wir kurz gucken gehen oh der Airdrop oh ich höre ihn auch oh mein Gott komm mit komm mit ja auf dem Weg wo ist er denn? wo ist er denn? oh da hinten oh kommen wir da so schnell hin? wir laufen ein Bein wir können natürlich nicht mehr tragen das macht nichts aber wir dann schmeißen wir halt irgendwas weg eben aber die Eier muss man mitnehmen so Fehlern ja ne also Prioritäten müssen wir versetzen aber wir müssen jetzt nicht wir haben keine Zeit zum Schauen Essen und Trinken geht noch nur danach wollte ich gucken mehr wollte ich gar nicht ja notfalls verhungerst du unterwegs ist egal bitte so hier ist noch ein Birdnest das nehmen wir noch mit wir haben keine Zeit los du hast selber gesagt Eier mitnehmen ja aber du musst ja aber du musst bemüten das ist hier vorne hallo ich höre hier wen oh ach scheiße ey Creeper und so Creeper? Mann hmm der creept halt rum oh bist du denn hin scheiße ja siehste weil er nicht aufpasst ja weil hier sind gleich so viele dann rennt da dran vorbei mach ich doch aber denk dran ich humpel ne jetzt kannst du nicht mehr humpeln humpelieschen der Hirsch humpelt auch das ist schon das zweite Mal dass du gebrochene Knochen hast ja wenn du es nicht lernst du musst doch einfach mal kurz einen Schritt zurück gehen und ins Gesicht treten ach komm hm ja wegen die habe ich jetzt den Airtrop aus den Augen verloren wo ist er denn hin? hm ich weiß nicht ich weiß es nicht ne irgendwie hinterm Berg wahrscheinlich gelandet boah ein Berg hochrennen ist natürlich auch schon bisschen anstrengend bisschen anstrengend na vor allen Dingen wenn man hier gerade nur noch humpelt warum man oh den Kumpel lass ich mal in Ruhe ja hör doch auf rum zu kreichen hier hm das ist der nächste boah ich muss mal kurz warten scheiße ich weiß hier oben kommt gleich noch einer ich hab den schon genau gesehen Airtrop also die hat man auch schon mal länger gesehen muss ich sagen warum komm ich denn hier nicht hoch jetzt Uschi komm mal her hältst du rum ok die ist eigentlich auch tot glaube ich ja sie ist tot und steht das ist schön oder halt auch nicht hast du den Airtrop wieder gefunden nein aber die Richtung ist noch die richtige keine Ahnung irgendwo hier in die Richtung war das schon aber aber der raucht doch normalerweise noch oder nicht ja vor allem fällt der auch ziemlich langsam haben wir wieder Pech hier einfach nur Pech hm ich hoffe wir finden den noch das wäre echt ganz geil tja ich habe so meine Zweifel weil ich sehe gerade gar nichts ja also ich bin gleich da ah ja da bist du alles klar oh der will nicht umfallen ah hast du ist der tot also tot ja siehst du irgendwas leuchten hier ich guck mich schon um ganz kurz in die Videoeinscheine gucken ja ich sehe hier nichts Nö schade ich guck mal so ein bisschen in der Gegend rum vorsichtig um ist ein Bär auf jeden Fall naja kann nicht so schwer sein da ist noch ein Bär man alter also bei den Bären müssen wir uns ein bisschen hüten vorgenässt Federn ohne Ende Keine Ahnung, du. Also ich glaube, ich bin auf jeden Fall schon dran vorbeigerannt, das ist das Problem. Aber der war doch noch so weit weg. Und sieht auch schon wieder merkwürdig aus. Hallo, guck dich mal an. Oh, was ist denn hier los? Ja, leichter Anzeige, wie dann da hinten kommt ein Typ. Äh, ganz ignorieren. Na gut. Ja, dann keine Ahnung. Hm. Also normalerweise fallen die noch voll langsam vom Himmel und landen dann irgendwo und man kann die einsammeln. Ja, man sieht die halt auch noch. Aber der war nicht so extrem weit weg, also man, ich hab eigentlich gedacht, ich bin gleich da und dann auf einmal war der Rauch weg. Ja. Das war schon komisch. Und es wird, ach nee, ich dachte schon, es wird dunkel, aber ich glaube, das Wetter ist einfach nur schlecht. Mhm. Ist ganz schön bewölkt. Du siehst auch nichts irgendwo leuchten. Ich sehe gar nichts leuchten, du. Nichts. Nein. Nur das war tatsächlich noch viel, viel weiter weg, aber das sah eigentlich eher nicht so aus. Ja, schade. Aber es wird auch nicht der letzte gewesen sein, wobei es natürlich ein bisschen blöd ist, jetzt so an Tag 4. Aber wir merken uns, an Tag 4 kommt der Air Drop. Ja, also der kommt alle drei Tage. Okay. Problem ist halt einfach nur, da hätten coole Rezepte drin sein können. Zum Beispiel Zement oder so. Wir werden es nicht erfahren. Hätte uns schon geholfen. Ich meine, der bleibt ja liegen. Der ist ja nicht weg. Wenn wir irgendwann mal drüber stolpern sollten, aus was wir gründen auch immer. Na, dann freuen wir uns drüber. Wahrscheinlich ist er in irgendein Loch gefallen oder so. Wahrscheinlich wirklich. So, wo bist du denn jetzt schon wieder? Du bist schon weiter. Schade, 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 schade. Ja, ist wirklich schade. Ja, hier bin ich hochgerannt und dann dachte ich eigentlich, der ist gleich da. Mann ey, der sah so nah aus. Das Problem ist dadurch, dass ich halt nicht gleich direkt schnurstracks drauf zugerannt bin, habe ich natürlich auch ein bisschen die Richtung verloren. Aber ich bin nicht so ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen, dass es so schnell verschwindet, das Rauchsymbol. War sonst ja auch nicht so. Hm, schade. Vielleicht wurde es geändert oder irgendwas bei den Einstellungen, Grafikeinstellungen kann ja dafür sorgen, dass man das halt vielleicht irgendwie nicht sieht oder sonstiges. Ja. Man steckt halt nicht drin. Was habe ich denn hier noch so? Ganz kurz gucken. Ups, Audio hole ich nicht. Ich renne mal zurück Richtung Stadt. Video. Reflection-Quality. Das habe ich also ausgestellt, weil es immer so ein bisschen genervt hat. Wegen den Next gerade irgendwie Reflection, sowas war ja extrem scheiße. Ausgemacht, deswegen geht es jetzt mit. Aber warum sieht man diesen Airtrop nicht, ey? Der war so schnell weg. Mann, hier ist ein Huhn. Jawohl. Das Huhn erwischt. Aber irgendwie lässt es sich nicht looten. Oh, ey, jetzt habe ich einen Huhn getroffen und es lässt sich nicht looten. Kannst du das mal probieren? Will ich dieses Huhn verarschen? Ja. Mhm, ja. Also ehrlich, wie sieht denn das auch aus hier? Bödes Huhn. Kommst du vorbei oder nicht? Ich bin gleich da. Also ich habe ja auch gar nichts zum Einsammeln. Du bist da hinten, bist du. Du bist da ganz weit weg. Komisch. Möglicherweise geht es auch einfach nicht. Kann ja sein, dass man nicht jedes Huhn mitnehmen kann. Alter, ich treffe... Gefühlt aber auch, doch, man kann eigentlich jedes Huhn einsammeln. Aber ich habe es so gefühlt irgendwie auch nichts... Auch eine Menge Dosen Futter. Ich kann nichts mehr tragen. Mann, dieses Huhn. Das ärgert mich jetzt. Dann ist jetzt halt auch mal ein bisschen Hunde Futter. Ja, eben. Lass es dir schmecken. Ich mache auch mit. So, dann gleich mal hier scrappen. Na, komm. Wo sind wir das Huhn? Oh. Hier. Hier liegt es. Ja, das habe ich auch schon überlegt, ob ich das mache. Ah, jetzt kommt da Fleisch raus. Sieht das aus. Collect Raw Meat. Okay, ich habe es. Und da kommt gleich der nächste Horst. Schade, schade, schade. Den Erdlob. Ist es wirklich? Ja, Bäm. Jawoll. Ne? Genauso. Direkt war brutal das Gesicht weggehauen. Ja, der hatte eh nur noch ein halbes. Kannst du noch übertragen? Nicht ernsthaft. Dann aber jetzt hier... Also kommt drauf an was, ne? Ja, ich habe den Leim eingepackt. Ja, okay. Was ist das denn hier eigentlich für eine Bergstadt? Sag mal, habe ich mich auch noch nicht gesehen. Wir können ja mal reingehen. Ja, ich kann eh nichts mehr tragen. Das ist das Problem. Ja, dann gehen wir zurück. Ich meine, das ist 15 Uhr. Nicht, dass das hier schief geht. Ja, wir gehen nochmal ganz kurz hier Richtung Police Station. Mal gucken, was da los ist. Ja, ich muss ein bisschen Überblick verschaffen, ja. So, was sagt eigentlich mein Gesundheitszustand? Na, man kann mal einen Schluck süffeln. Was sagt dir deine Gesundheit? Na ja, also, ne? Ich meinte jetzt insgesamt meine Statuswerte. Oh ja, mit Pool. Mit Pool im Hintergrund. Wir haben einen Pool im Keller quasi. Ich höre hier schon wieder nur komisches Zeug. Bist du hier? Ne, bist du nicht. Ne, noch nicht. Wo bist du denn? Ich bin bei der Polizei. Oh ja, da kommen gerade welche. Vorsicht. Hey. Jawoll. Ne? Hat sie getroffen. Er ist schon tot. Kornmehl. Und ich kann es nicht tragen? Na, ist egal. Kein Kornmehl. Ist nicht wichtig. Hey, das ist der Nächste. Oh, ich kann doch kein Wasser mehr tragen. Das ist ein Elend hier, sag mal. Ja, los jetzt. Komm her. Sehr schön. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall Freunde am Start. Was? Von wo? Oh. Der kriecht. Ah, der liegt. Du nimmst den linken, ich nimm den rechten. Okay. Und da hinten kommen noch mehr. Ey. Sehr schön. Und immer schön auf dem Schädel. Oh, ich kann nichts mehr tragen, weil er hat Klamotten drin. Alter. Hinter dir? Ja, ich hab schon gesehen. Sieht echt seilisch aus hier mit deinem komischen Outfit. Ja. So, ich kann nichts mehr tragen, was bei ihm drin ist. Oh, Antibiotika. Die sollten wir mitnehmen. Ja. Ach, komm einmal Chrysanthemen weg hier. Kannst du die Eier weghauen? Die nehme ich mit. So, hier liegen sie. Sehr schön, sehr schön. Ja, komm, dann einmal noch eine Misesuppe essen. Es scheint aber tatsächlich auch ein großes Dürfchen hier zu sein. Ich hätte echt gesagt, das ist immer so eine kleine Mini-Siedlung. Aber was ist denn hier? Da geht schon ein bisschen was in dieser Siedlung. Da muss ich noch reingucken und dann sind wir schon durch mit der Folge. Wir gehen dann in der Siedlung wieder zurück. Quasi. Ja. Was haben wir denn hier? Nichts. Wer toll. Oh, Chainsaw Blade. Bringt die was? Ansonsten lass ich sie drin. Wir können eine Kettensäge irgendwann bauen, aber ist aktuell nicht wichtig. Level 15, so. Naja, gut. So, wir sind durch mit der Folge. Heute mal wieder ein bisschen überlänger, aber es macht nichts. Es war auf jeden Fall spannend. Erdorfer war er leider nicht gefunden. Absolut war es das. Ich gucke mal, dass wir beim nächsten Mal mehr Glück haben. Ja, hoffe ich doch auch. Also dann, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.